Mit einer tollen Uhr lässt sich jeder Mann gerne überraschen. Ist ja auch meist das einzige Schmuckstück, das die Männer gerne tragen. Wie wäre es da mit diesem tollen Cholographen als Geschenk? Es geht um den Fossil JR1356. Diese stylische Uhr ist komplett geschwarzt, aber komplett aus Edelstahl gefertigt. Das runde Ziffernblatt misst einen Durchmesser von 50 mm. Damit ist die Uhr schon relativ groß, aber macht sie auch zu einem richtigen Blickfang am Handgelenk. Das Ziffernblatt mit großen Zahlen leuchtet auch in der Dunkelheit und lässt sich daher jederzeit gut ablesen. Die Lünette ist drehbar. Die Uhr verfügt über eine Stopp-Funktion, eine Datumsanzeige und eine 24-Stunden-Anzeige. Das Armband ist ebenfalls aus Edelstahl, matt geschwarzt und verfügt über eine sichere Falschließe, damit sich hier nichts ungewollt öffnen kann und misst 24 mm in der Breite. Sie ist 5 Bar wasserdicht, somit zum Duschen geeignet. Dennoch sollte man hier die Uhr abnehmen, da Seifenrückstände die Uhr angreifen können und man doch lange etwas von diesem tollen Schmuckstück haben möchte. Geliefert wird diese Uhr in einer Sammlerbox von Fossil. Durch ihr Design passt sie sich jedem Kleidungsstil an, egal ob leger, sportlich oder auch elegant. Trotz ihrer Größe fühlt sie sich nicht schwer an und passt sich super an das Handgelenk an, auch wenn dieses Mal etwas dünner ist. Bei fast 70 Bewertungen erreicht diese Uhr eine Kundenzufriedenheit von 4,7 von 5 Sternen bei Amazon. Das bringt zum Ausdruck, wie zufrieden die Käufer mit diesem zeitlosen Zeitmesser sind. Wenn du auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für deinen Partner bist, dann solltest du hier zuschlagen. Denn die Uhr ist zur Zeit um über 30 Euro im Preis gesenkt und wird kostenlos innerhalb Deutschlands direkt zu dir versendet. Deshalb klicke sogleich auf den Link unterhalb dieses Videos, um dir diese tolle Geschenkidee zu sichern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.